Dieser Ford Transit Connitz steht hier zum Verkauf. Sieben Personen haben in diesem weißen 5 Thüringen Bind Platz. Der Wend besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Partygefilter, Einparkhilfe, Start-Top-Automatik und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 120 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 4,6 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 20.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017